Hallo! Heute war es soweit. Heute war jemand vom Umzugsunternehmen da und hat sich das ganze Haus angeguckt und eigentlich wollte er jetzt vorbeikommen. Also jetzt haben wir es etwa 10 Uhr und wir hatten einen Termin vereinbart, so 10 Uhr. Und dann hat er um 8.50 Uhr angerufen und gesagt, er käme gleich. Das war leicht überraschend, denn ich wollte noch ein bisschen aufräumen. Also es war ein bisschen komisch, wenn man sagt, ich will das Umzugsunternehmen ein bisschen aufräumen. Zum Beispiel die überall verstreuten Socken, die wollte ich ja wegräumen. Allerdings war es zu spät. Also er stand dann faktisch schon vor der Tür und ja, ich hatte nicht mehr so viel Aufräumzeit. Nancy ist nebenan und die bespricht gerade irgendein total tolles Projekt mit jemand anderem. Und das muss ich mir gleich erzählen, was das alles ganz Tolles wird. Aber es ist noch nicht spruchreif, deshalb von mir erstmal noch nichts, denn ich bin ja verschwiegen, so wie immer. Der Mann vom Umzugsunternehmen, der hat ein bisschen gestaunt. Also wenn man jetzt hier wohnt, dann geht man gar nicht davon aus, dass es so viel ist. Aber wenn man das dann aufschreibt und nochmal auflistet Punkt für Punkt für Punkt, was denn alles mit soll und getauscht werden soll und so weiter, dann kommt man plötzlich auf eine doch relativ große Summe an Sachen, die hier ausgeräumt werden muss. Es ist ja auch so einige Möbel, wie zum Beispiel Elisas Bett. Also es ist ja so ein kleines Hausbett. Hier ist ja Elisas Bett und es ist relativ genau hier in die Dachschräge eingebaut und ich fände es wirklich schön, wenn Elisa ihr Bett mitnehmen könnte, also ins neue Haus. Aber wenn die allein schon zwei, drei Stunden brauchen, um das Ding abzubauen und dann nochmal zwei, drei Stunden brauchen, um das Ding da hinten aufzubauen mit zwei Leuten, dann wird das schon relativ teuer. Und ich schaffe das nicht alles nebenher. Ich muss ja so ein bisschen koordinieren, was soll von hier ins neue Haus und was soll aus dem alten Haus raus und was soll eingelagert werden. Weil einige Sachen nehmen wir nicht mit, schmeißen sie aber auch nicht weg, sondern die sollen dann wieder hierher, passen aber nicht ins andere Haus. Also es ist ein bisschen schräg, aber das heißt, wir müssen schon ein bisschen viel koordinieren. Und da kann ich nicht nebenher noch so ein bisschen dran rumwerkeln an irgendwas, sondern ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren, sonst wird es schwierig. Unter meinen letzten Videos gab es ein paar Kommentare und zwar, ob ich als Arzt besondere Vorkehrungen treffe, falls zu Hause ein Notfall eintritt. Und in der Tat, es ist wirklich so, ich habe einen kleinen Notfallkoffer zu Hause, aber ich glaube, das hat jeder Arzt zu Hause. Und der Notfallkoffer geht so ein bisschen über das hinaus, was man normalerweise zu Hause hat von Pflastern oder irgendwas. In meinem Notfallkoffer sind so ein paar Sachen wie zum Beispiel Atropin, Adrenalin oder hochdosiertes Cortison oder Prednisolon. Das sind so Standardmedikamente, die man dann verabreichen kann, falls es irgendwie zu einem zum Beispiel allergischen Schock kommen sollte. Ich habe aber was zu Hause, was man auch als Nichtarzt kaufen kann und was noch nicht mal jeder Arzt hat. Und zwar habe ich Beatmungsbeutel zu Hause. Weil ich einfach festgestellt habe, bei so einer Beatmungssituation, also bei einer echten Beatmungssituation, wenn jemand reanimationspflichtig wird, dann ist das nie so wie im Lehrbuch und dann ist es nie so, wie man es gelernt hat. Bei meiner ersten Reanimation war es so, dass die Patientin reanimationspflichtig wurde, weil sie Wassereinlagerungen in der Lunge hatte. Das heißt, ihr ganzer Mund war voll Schaum und ich war ganz glücklich, dass es einen Ambu-Beutel gab, einen Beatmungsbeutel. Und auch in den nachfolgenden Reanimationen war es immer so, sagen wir mal so, dass es nicht unbedingt immer so wie es im Fernsehen ist. Alles ist immer hygienisch und wunderschön und die Reanimation gleicht einem Kuss. Also bisher war es immer ein sehr großer Austausch von Körperflüssigkeiten. Also, hier in der Tüte ist der Beatmungsbeutel. Also nicht, ne? Sondern. Und die Maske. Das ist die Kindermaske. Die habe ich extra dazu gekauft. Und die Maske. Äh, so. Das ist die Erwachsenenmaske. Die legt sich ja dann übers Gesicht und dann ist es ganz bequem, jemanden zu beatmen. Und das ist dann auch hygienisch. Dann gibt es jetzt hier noch ganz viele andere Aufsätze für Sauerstoff und andere Sachen. Also, das braucht man alles nicht. Man braucht nur den Beatmungsbeutel und die Maske. Und was ich auch immer zu Hause habe, das ist aber nicht unbedingt für einen Notfall gedacht. Das sind Inhalatoren. Und das ist ganz schön bei Erkältungen. Wenn jemand Bronzitis hat und so weiter, dann kann man natürlich schleimlösende Medikamente geben und so weiter. Oder man macht einfach eine Sohle-Inhalation. Also NACL, Natriumchlorid-Lösungen. Die kann man dann inhalieren mit ein bisschen Salbutamol. Das muss man sich aber da vom Arzt geben lassen. Ich kann das ja einfach so kaufen. Ja, das ist dann schon meistens sehr hilfreich bei Erkältungen. Dass das alles ein bisschen besser geht und dass der Husten meistens auch ein bisschen zurückgeht. Ohne, dass man jetzt besondere andere Medikamente nehmen muss. Und diese Beatmungsbeutel sind nicht nur einfach hygienischer, sondern sie haben den perfekten Druck für die Lunge. Und es ist viel einfacher, jemanden zu beatmen. Und man kann auch dann häufiger beatmen. Also man kann mit diesem Beatmungsbeutel viel effizienter jemanden beatmen, als wenn man das Mund zu Mund macht. Und diese Beatmungsbeutel habe ich immer im Auto. Das heißt, wenn ich sie brauche, zu Hause, weiß ich immer, das ist im Auto. Ich kann schnell zum Auto gehen und weiß, da ist es. Und wenn ich unterwegs bin und mal wieder Leuten helfen muss bei Unfällen, was interessanterweise schon mehrfach vorgekommen ist, dass ich dann solche Beatmungsbeutel auch mit dabei habe und effizient helfen kann. Also was in jedem gut sortierten Haushalt gehört, ist also Adrenalin, Atropin, Beta-Blocker. Na gut, also das ist ein paar mehr. Eine Morphin habe ich auch mit dabei. Das ist ja auch ein Notfallmedikament, um Menschen, die starke Schmerzen haben, runterzubekommen, dass sie eben nicht mehr so starke Schmerzen haben. Und die Sachen sind auch schon in den Einsatz gekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass man die immer da hat und dann braucht man die nicht, sondern es ist schon so, dass ich schon Leute hatte, die nur in den Graben gefahren sind und dann eine hypertensive Krise bekommen haben. Und dann ist es ganz gut, wenn man einen B-Log dabei hat. Oder große Unfälle, wo schwerverletzte Personen sind. Und denen kann man dann wirklich mit Morphin helfen. Das ist dann manchmal ein wirklicher Segen. Was ich immer zu Hause habe, in verschiedensten Formen, sind Breitbandantibiotika. Gerade Neurologen wissen, dass so eine Hirnhautentzündung, da gibt es natürlich virale, aber die ganz bösartigen Hirnhautentzündungen sind Entzündungen, die sich übers Ohr haben ausgebreitet. Also sprich, jemand hat eine Mittelohrentzündung, dann kriegt er eine Mastoiditis, also eine Entzündung, die in die Tiefe geht. Und dann kriegt er eine Enzephalitis, also eine Hirnhaut- und Gehirnentzündung. Und die sind sehr, sehr furchtbar. Also wenn meine Kinder eine Mittelohrenentzündung haben, dann läuft es so ab, dass sie ein Nasenspray bekommen. Also die Nase ist ja mit dem Ohr verbunden, dann kann der Eiter besser ablaufen. Wenn das nicht hilft und sie weiter Schmerzen haben oder sie auch noch Fieber entwickeln, dann bekommen sie relativ schnell von mir Antibiotika. Weil ich nicht möchte, dass sie eine Pneumokokken-Meningoencephalitis bekommen. So viel zu meinem Notfallvorrat. Eine Sache will ich noch zeigen, und zwar von meinem Großvater. Die Clara hat gestern was Gebasteltes aus der Schule mitgebracht. Ich glaube, das war irgendwie so ein Krokodil. Und da habe ich mich daran erinnert, dass, also es sah sehr ähnlich aus. Und zwar diesem Ding hier. Das sieht aus wie ein Hase. Fass. Wenn man das Klapp hier rumklickt, dann sieht es aus wie ein Hase. Also das ist ein Teufelskopf. Und das ist etwas, was mein Großvater mir beigebracht hat. Damals wusste man noch nicht, was Origami ist. Damals hieß es einfach nur Teufelskopf. Und das ist wirklich etwas Selbstgebasteltes, was man mit wenigen Schritten selber basteln kann. Und dann pustet man den Kopf auf. Also hier hinten gibt es so ein Pusteloch. Und dann pustet man den Kopf auf. Und dann wird es nachher zu so einem Tier. Und die wird Clara jetzt auch noch anmalen. Leider konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich wusste nur, dass mein Großvater das irgendwie Teufelskopf genannt hatte. Teufelskopffalten irgendwie. Und ich wusste nicht, ob das wirklich der original Name ist für dieses Origami. Und dann habe ich echt bei YouTube Teufelskopffalten eingegeben. Und es kam echt die Anleitung für das Ding raus. Echt abgefahren. Dann war ich gestern dabei mit meiner Tochter Clara. Und dann haben wir dieses Ding hier gefaltet. Und ja, also es ist sehr schön. Also sie hat hier gemacht. Das haben wir natürlich parallel gemacht. Welchen habe ich gemacht? Welchen hat Clara gemacht? Welcher ist schöner? Davon abgesehen, dass es einfach auch für Kinder ganz toll zu falten ist. Und spannend zu sehen ist, da so ein dreidimensionales Ding draus zu falten. Es ist einfach auch ein schönes Erinnerungsstück an meinen Großvater. Nancy gießt jetzt hier eifrig ihre Pflanzen. Und du hast dir was gewünscht, Nancy. Was hast du dir gewünscht? Was Leckeres. Was Leckeres. Ja, also ich muss was Leckeres kochen. Und das wird heute der Fisch sein. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und den habe ich eigentlich abgeguckt von Nancys Vater. Ich mag überhaupt keinen Fisch, muss man erst mal sagen. Also ich aus dem norddeutschen Raum kenne Fisch vor allem so in Sahnesaucen. Und Kräutersahnesaucen. Also das hat meine Mutter viel gemacht. Und das mag ich nicht. Aber es gibt einen anderen Fisch. Und zwar eben auch mit Sojasauce. Ganz wichtig ist Sternanis. Ja, und verschiedene Gewürzen. Und das schmeckt echt ganz, ganz toll. Kann ich nur empfehlen. Mit Reis dazu. Den habe ich gestern schon vorbereitet. Das heißt, wir werden den heute ein bisschen anbraten. Und ja, dann war es das schon. Reis, Gemüse. Du kannst ja auch wieder so einen Chinakohl. Chinakohl. Oder einen Eisbergsalat. Ach so, ja, der Eisbergsalat. Das mache ich dann. Der sieht schon ein bisschen traurig aus. Ja, den nehme ich auch. Der Fisch wird jetzt nicht da drin gebadet, sondern die Soße wird so vorbereitet. Und zwar wieder mit Sojasauce. Kann ruhig wieder ein bisschen mehr sein. Und dann kommt da Zucker rein. Also es gibt ja einige Rezepte, die dann Honig nehmen. Ich würde aber Zucker empfehlen, weil Honig dann... Also ich finde, das schmeckt besser, als wenn man da Honig nimmt. Ende. Ich liebe ja Sternanis. Und ich glaube, das gehört auch zum festen Bestandteil der asiatischen Küche. Irgendwie Sternanis und Zimt. Interessanterweise. Also die leckersten Soßen aus China habe ich mitgenommen. Da war überall Sternanis und irgendwie auch... Oder Zimt drin. Oder Sternanis und Zimt. Wie auch immer. Und Ingwer. Und Ingwer. Ja, ja, Ingwer auch. So, Ingwer mag ich nicht an sich. Aber als Gewürz ist das echt gut. Gut, also ein bisschen Sternanis, ein bisschen Zucker. Und Ingwer. Und Knoblauch. Ich schmunzle gerade so ein bisschen vor mich hin. Weil für Nancy ist Essen so wichtig. Und man kann Nancy eigentlich nur mit leckerem Essen eine richtig tolle Freude machen. Also da helfen keine teuren Taschen oder irgendwelche Schmuckschuhe oder so. Das will sie alles nicht haben. Also wenn sie am liebsten immer... Was Leckeres. Was Leckeres zu essen. Und dann ist es schwierig, etwas super Leckeres zu finden. Weil mit Brot kann man sie dann nicht herlocken. Auch selbst, wenn das Brot lecker beschmiert ist. Mit Leberwurst zum Beispiel. Sondern es muss immer irgendwas total Abgefahrenes sein. Ich liebe dich dafür. Also dass du wirklich auf solche Sachen... Also auf so Handtaschen und Fell irgendwas... Überhaupt keine irgendwelche Fellmäntel oder... Dass du sagst, ich brauche ein tolles Auto oder so. Sondern das ist irgendwie völlig uninteressant. Aber das, was richtig interessant ist, ist leckeres Essen. Also da ist jetzt Ingwer drin, ganz viel Knoblauch, Sternanis, Zucker und Sojasauce. Und der Fisch, der darf jetzt nicht da eingelegt werden, sondern der muss erstmal richtig doll angebraten werden. Von beiden Seiten, dass er schon knusprig ist. Und erst dann kommt die Soße dann rein. Und dann muss das Ding vor sich hin köcheln. Also die Hitze reduziert und dann köchelt das vor sich hin. Sondern zieht das alles so ein bisschen ein. Dann wird die Soße auch dicker. Und da muss man ein bisschen abschmecken, dass es dick und süßlich ist. Und schön nach Sternanis schmeckt. Und trotzdem ist da noch diese Säure vom Ingwer mit dabei. Damit verabschiede ich mich jetzt schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!